Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part von Fall Guys mit meinem Bruder und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Ah, das kenne ich auch. Da gehe ich diesmal nicht durch die Mitte. Es ist einfach wieder die gleiche Verschreibung. Diesmal gehe ich nicht durch die Mitte. Ich versuche es jetzt gar nicht mehr, Leute, weil es nichts bringt. Oh, warum gibt es jetzt hier, warum gibt es jetzt neue Sachen, Alter? Ja, die haben sich ja, oh, Alter, die werden da alle weggefügt. Äh! Aua, aua, aua! Du wirst da von vorne bis hinten durchgenommen an diesem Scheiß-Ting hier, guck mal. Du stehst auf und direkt hinter dir kommt diese Schwanzsäule. Äh, warum springt der denn nicht? Warum springt der denn nicht, der dämliche H***? Fahr die Plattform doch hoch. Komm, ich bin Zweiter, ich bin Zweiter, ich bin Zweiter, wenn der mich nicht festhalten würde, der H***? Zweiter! Ich bin jetzt hier im Weg, oh Mann, jetzt hat der mich runtergekickt, weil diese scheiße Windmühne meinte. Ja, ich schiebe mir gerne mal ein Rohr ins Arschloch. What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Naja. Was hat mich denn jetzt weggekackt? Au! Och, Junge. Nein! Ja! Ja, ich bin drin! Ja! Ja! Die fahren ohne mich weg. Ich wurde runterge... Ich wurde da runtergemacht, weil die ohne mich losgefahren sind mit ihrer Zirkusstange. Komm, ran da. Ran an die Stange! Ran an die Stange! Jetzt lauf doch her. Guck mal, die rennen da alle ins Ziel. Jetzt werde ich da runter. Ey, jetzt ist die Stange da und ich kann nicht hochraufen, weil da so ein Scheiß... Ich drücke auf die... Ich drücke auf die Scheißtaste und er hält sie, er springt nicht mal. Ich drücke Leertaste, Leertaste, Leertaste. So ein Behindie und er springt nicht mal. So, dann er denkt sich, oh nö, ich sterbe lieber irgendwie in der Abgehendzeit. Und dann stürzt du ab, sie ist so ein Behindertarier und du stehst da mit deinem Scheiß-Fahrradhelm. Meine Fresse, ey, das ist doch nicht mehr wahr. Guck mal, dann sprichst du da, ich drücke Maus. Da drücke ich die Leertaste. Da drücke ich wieder Maus. So, Finale, was kommt jetzt? Und nichts macht er nichts. Och nö, warum kommt als Finale jetzt irgendwas Neues? Außerirdische Kachel, ja, ich hoffe, du fällst runter. Digga, als Maul, ich f*** dich in den Arsch heute Abend. Fall nicht runter, danke, geiler Tipp. Ach, das ist so ein Ding, so der... Och, das ist sowas wie Hexerrollen, nur mit einer Schicht. Ach, die kommen wieder? Och nö, hier sind die Knallbälle. Och, nein. Hä, was hat denn das für einen Sinn, wenn die wiederkommen, die Felder? Okay, das finde ich geil. Okay, das Spiel ist geil mit den Knallbällen. Oh, er läuft da auf einer Spur. Nein, nein! Och Mann, ey, Alter. Was, ein dänischer Wichser? Er ist Neuling, er hat nicht mein Skin. Och, das leckt meine A**. Spieler melden. Digga, und er freut sich, ich bin Zweiter. Immerhin, immerhin Zweiter, immerhin war ich... Ich war seit langem mal wieder im Finale. Zusammenfassung. Was, ich hab mir einmal den Knallball genommen und instant fliege ich runter. Was, ein dämlicher H**. So, und jetzt geht's los mit der nächsten Runde. Rein da. Tundala, das hatten wir doch schon vorhin. Das hat ganz gut geklappt eigentlich, ja. Das muss ich sagen. Was ein Scheißspiel. Ey, jetzt ist da so ein Lichtstrahl. Au! Ja, okay, ich bin raus. Diese scheiß Lichtstrahlen, die gehen mir so auf die Nüsse. Boah, ich bin gleich feucht. Nein! Ach, nö! Ja! Du warst so knapp vom Runterfallen, ne? Ist mir scheißegal, ich bin drin. Guck mal, dieser eine. Nächste Runde, let's go! Als nächstes folgt gar nichts. Wir sehen einfach immer diesen Ausnahmildschirm. Boah, Hunger. Easy. Das ist easy. Meile die zustandenden Türen und renne zu zielen. Easy going, let's go. Okay, da kommt ein... Nein, nein. Oh, ha, hi, ha, ho, ha, hi. Ah, hi, hi, hi. Han, mach die Tür doch runter. Oh, ich bin vorne. Ich bin Erster. Erster! Hä? Ich war Erster. Was sagt ihr? Ich bin Zweiter. Ich war Erster. Ey, f*** deine Mutter, Epic Games. Ich f*** zu euren Büros. Scheiß euch auf den Tisch. Da war ein Abgrund, Alter. Da war ein Abgrund. Da bin ich an der Tür abgeprallt. Hyperantriebhelden. Was zum Teufel ist das für eine Sch***? Aber ich sehe nicht Lichtstrahlen. Das ist doch was für dich, oder? Boah, der. So Lichtstrahlen ist es. Magst du doch. Mann, komm zu. Was ist das für eine gestörte Scheiße? Guck mal, ich kann nicht auf... Er springt doch immer die scheiß Barrikade drüber. Guck mal, was er macht. Was macht er denn? Nein! Ich mag das Spiel nicht. Ja, komm, fall runter. Du mit deinem scheiß Fahrrad hin. Mach die Strahlen an und dann schön... Ach, bist du schon raus? Ja. Ist meiner komplett ausgeschieden? Ja. Oh nein. Hä? Ich fahr zu Epic Games. Okay, was ist denn jetzt hier für eine Leiste? Desktop. Nein, ich will nicht auf den Desktop verlassen. Wann werde ich hier aggressiv? Ich bin breit. Ich muss breit auf den Kopf. Ja, aber ich habe zu viel Marihuana genommen. So, das ist die letzte Soloshow. Danach machen wir nochmal eine Teamrunde. Jetzt geht es erstmal in die Soloshow. Let's go. Ah, Tore-Hunger. Ich habe auch Hunger auf Koks. Zu schnappen, eine Tür, eine Tore-Hunger. Ja, was denn jetzt? Ist jetzt eine Tore oder eine Tür? Ich kann sich selber nicht entscheiden, du Arschloch. So, qualified. Easy. Einfach easy. Das Spiel ist Leidenschaft pur für mich. Jetzt rutschen wir und ich vergesse wieder, dass man da springen muss, weil es nicht so aussieht. Da muss ich die Entwickler mal loben. Da haben sie einen gelungenen Effekt hingekriegt. Schon wieder. Das haben wir schon dritten Mal. Können wir was anderes spielen oder kommen wir jetzt immer drunter laufen? Es gibt so viele Spiele und wir kriegen die ganze Zeit dieselben Spieler. Props an Epic Games. Ja, klar. Jetzt kam Laser. Digga, wie hoch bin ich geflogen? Jawohl, drin. Im Ziel. Ja, Anfängerscheiße. Wer das nicht macht. Junge. Also, bedankt euch bei ihm für einen Gehörsturz. Also, die Idioten, die hier rausfliegen. Also, wirklich. Wie kann man nur so schlecht sein? Oh, nö. Sprungclub. Boah. Obwohl das nicht das Finale, das geht. Gut. Rein da. Jetzt. Lass mich los. Ja. Die Kunta, du. Assi. Oder war's da mit deinem Scheiß? Jupp, es geht ins Finale. Hä? Och, Junge. Jetzt bin ich im Finale. Jetzt kommt so eine Scheiße. Warum kommt sowas denn jetzt? Warum ist die Verbindung getrennt? Wirklich? Was ist das für eine dumme Scheiße? Vielen Dank, Epic. Ihr seid die größten... Ich fahre in eurer Scheißstudio und f*** euch in den Arsch. Ich gebe mir meine verfickten Antidepressionsbrillen. So eine Scheiße. Warum fliege ich mal sowas raus, Digga? Och, Junge. Wird es die Leute zwar nicht sehen, aber... Lukas steht jetzt hinter mir. Der dokumentiert jetzt auch für euch mit, ne? Jetzt bin ich da mit dem Handy. Das Handy mal was machen würde. Dann seht ihr mal auf, was ich hier aufnehme. Das ist so ein... So ein Arbeits-Laptop. Weil ich hab hier mal... Ah, Knallball. Das finde ich geil, das Game. Und da fliege ich raus, weißt du? Bei solchen coolen Sachen fliege ich raus. Aber Finale steht jetzt auch, ne? Da wäre ich gerne drin gewesen. Knallball ist cool. Ah, da sind diese Bubzbälle wieder. Und die kann ich jetzt auf andere werfen, gerade. Aber unter dir stürzen irgendwann die Felder ein. Muss ich also bewegen und muss aufpassen. Wenn ein Feld wackelt, dann stürzt es jeden Moment ein. Mann, nimm doch den Ball. Nimm ihn! Ey, mach doch das Ding! Was macht ihr? Was macht ihr mit dem Feld? Er winkt erstmal. Er ist gestorben, glaub ich. Nee, er hat doch noch Glück, der... Du... Ich tötte dich jetzt. Ich bleib einfach hier auf meiner Sniper-Plattform. Du musst aufpassen, ne? Ah, nee. Ja, ja, bitte scheiß Bombe. Ich reiß mir hier den Arsch auf, damit dann solche wie er da rumstehen können, AFK. Hier, du. Dich meine ich. Jetzt... Jetzt darfst du ja nicht mal die Bombe fallen auf dich. Dich mal erst... Jetzt läufst du rum, ne? Jetzt wo einer mit einer Bombe kommt. Ich schmeiß den jetzt so runter. Ja, du... Die hat doch... Wie keiner irgendwas geschissen kriegt. Geht doch fast die ganze Zeit. Du... Fall da runter. Ja, komm. Komm. Komm her. Ich mag das Spiel nicht. Nimm dein scheiß Handy weg. Und so ein... Sieger geworden, Alter. O-Mega. Was ist das für ein Name? Junge, der da tiefe Bruch. Jetzt geh mal wenigstens in der Duo-Show, Alter. Eieiei. So, bereit. Du ist Show. Du ist Show. Du ist Show. Du ist Show. Da verkackt man doch auch jedes Mal. Ey, so ein Asi-Team. Dann hinter einem. Hinter einem ankommen. Und dann gewinnt. Warum denn? So, letzte Runde jetzt oder was? Ja, letzte Runde. Reiner. Normales Game. Los geht's. Jetzt, hört sich gewinnt. Schwindelnde Höhen. Easy. Das kriegen wir beide hin. Digga, ich werd hier so zerfetzt. Wie lange dauert das denn, bis der runterrollt? Ja, und dann kommt natürlich noch einer. Was macht er mit dem Ding? Ich bin drin. Ich bin drin. Geh schnell rein. Geh schnell rein. Geh schnell rein. Sonst sind wir letzt. Sonst legen wir wieder raus. Also abschließend kann man sagen... Ich bin scheiße. Geh schnell rein. Geh schnell rein. Geh schnell rein. Geh schnell rein. Geh schnell rein.